Nein! Jesus hat auch nie gewollt, dass sowas passiert. Ja, ja hi. Wie spielst du jetzt? Ja, Unglücksrats hat entschieden. Das hier soll spielen. Machen wir einfach mal. Ich habe gar keinen Bock. Und ja, was soll ich sagen? Ist halt CS, bestimmt nicht CS, wir Ration CS. Wir passen das, wir passen CS. Wir, äh, für Tieter CS, das Steiner-Paketal. Wir fangen zu, Janik hasst, Carlos Reich, Global, ähm, offensive sheeting, ob wir sie beschädigen. Und, ähm, ja. Wer weiß, soll er denn alles sagen? Na, es geht los. 3, 2, 1, wo er den Sternen ist eh alles egal, hier wird eh richtig krass abgeschüttet. Ne? Immer wenns Dorf. Dorf ist auch krass. Dorf ist auch krass. Dorf ist. So, heute geht's. 3, 2, 1, 16 Leute. Ich wähle die Spiele Solo. Ich hab keine Anhaltung gesucht. Kann also nur gut werden. Ist richtig krass abgeschüttet, ne? Ob hier ist, äh, krassen Boy noch dabei, aber ist scheißegal. Ich möchte aber eins klarstellen. Und zwar helfen hier ähnliche Verhältnisse zu Inki von meiner Klasse, ja? Inki hat nur ein Win mehr als ich, ja. Und zwar ein. Das heißt, ich bin bestimmt nicht daran, dass das Spiel so schlecht ist, ja? Daran liegt das bestimmt nicht. So, wir haben Geld. Im USP. Ist gebummelt. Ich mach jetzt. Ich freu mich mit einem, äh, Win-Tunnel anlegen. Das ist ja... Perfekt. Der Win-Tunnel steht bestimmt auch richtig da rein. Na, hab gesagt, ich schrubflinte. Meter. Ab in den Tunnel. Tunnel mit Shotgun. Ist immer gut. Großartiger Tunnel war das. Ausgeteilt nicht. Schon mal nicht letzter. Nicht letzter. Easy. Ne? Hier kann man ja auch nicht letzter werden. Den kommen wir weg. Haben wir genau gesehen. Ziel ist es, nicht weggeschüttet zu werden. Ist ja wohl klar. Boom. Easy. Erster Kill. Nichts weggeschüttet worden. Absolut kein Problem, ja? Weil wir sind einfach die Meter an dem Spiel. Wir sind einfach die Meter. Wingman, mega krass, ja? Mikko hatte einfach keine Schnelle gegen mich. Er war immer ein Rang unter mir. Das ist ja nicht so genau einer. Der hat sich freiwillig killen lassen, weißt du? Der wusste, oh, da kommt der Janik hinten vor der Brücke. Auf der anderen Seite steht er. Schnell. Ich muss mich selber bekämpfen. Da ist einer extra daneben geschossen. Weil er einfach so einen Respekt hatte, ja? Das hat einfach Respekt. Der hat auch einer Respekt. Oh, das ist noch ein Torrent. Der Torrent habe ich Respekt. Okay, da hinten war einer, da hinten war einer. Da hinten haben wir uns gegen entschieden. Da haben sich einfach alle so krass von meinem Gehalt beeinflussen lassen, dass sie... ne? Ich bin halt wie der Ratner himself. Ich bin halt der Ratner Lotbrock von CS. S. Neu'ne Schrotze? Schrotze is to win. To live? To live? Und to love? Nein, der kommt die Cheats und... Oh man. 26 die machen wir so die schlurzen wir jetzt richtig weg der macht keine schnitteln wir haben einfach keine schnelle wir müssen von da auskommen top 5 jesse gehen einfach nur weil wir so krassen rufen ich habe mir sofort kaufen oder wird natürlich nicht verkauft verliert das hat uns gandhi gelehrt da soll ich mir aber lassen mit dem bildschirmaufnahmen sind mir darauf wie soll es erst einmal gut gemacht in das mal gut gemacht hat aber das was wir einfach kommen wollen wir können wir werden schon bespielen noch schlechter zu machen aber easy dritter easy ein kill gemacht aber immer mehr nächste runde richtig hart reinschieben so ein neues glück neu neu schießt schlucht da würde ich mich nämlich gerne rein stürzen weil es sehr schwer muss da habe ich die dahin habe ich gesagt bist du eine brandbombe jawohl kann fausten und anzünden das ist ja wie in nachbardorf hier das hat auch nie gewollt dass so weit passiert ja so ist so so fängt mal die runde so wir spielen wieder aus dem helm eine runde was ich fragt hey das habt ihr doch gesagt kommt eine woche eher tja liegt daran das spiel macht keinen spaß crusader kings 3 sehr viel mehr also sehr viel mehr als kein spaß ist sowieso relativ man muss einfach sagen sie ist es einfach sie ist es aber wir haben wie so ein mmo weiß aber das spiel hat keinen bock drauf ist doch hier wird nur noch ich habe schon immer gesagt achts ist meter ich hätte ich muss das viel weniger wie so wenn man ansehen muss das spiel mehr so wie eine hand schuldung ansehen weißt du mit einer axt rechnen sie nicht und das ist ihr untergang gar kein problem hier heute nicht habe ich nicht erkannt alles klar hinter kommt achsten so was ist ja komm mal meine letzte runde wirken das machen aber bisher was aber bin koffein damit du das überlebt schloss schmeißen war nicht so gut ich will mich am liebsten dann begraben das spiel zu spielen zur russung weiter geht's da läuft ja schon mal freue mich aber schon wieder vorbei ist hoffentlich habe ich auf jeden fall beim nächsten mal mehr glück das nächste mal könnte allerdings nicht dauernd weil beim nächsten mal das morgen ruhig beim nächsten Mal gibt es nämlich überscheinert mal ganz Monat und wenn wird aufgrund eines kleinen Turniers dass wir uns ausgedacht haben wir man nicht nicht die großartigen Hilfe von Enki und Prozent der Auswendung der Zeit in die Nase gepumpelt richtig hart Papiererspäckung auf Prozent Amas mit dann hat es ein halbes Team aktuell ob er es schafft den großen ist ein Radius nicht tot töd ich mich selber als große Finale hab ich mitgekillt? da werdet ihr ja bestimmt angehalten könnt ihr das dann nachher in den Kommentaren wiedergeben das war Counter-Strike Cheating Offensive hoffentlich hat es euch gefallen muss es spielen aufgrund des Unglücksrads ein neues Format von uns nächsten Monat müssen wir mal schauen ob es pausiert wegen dem Valorant-Turnier woran ihr teilnehmen könnt wenn ihr dieses Video schaut da ist die anmeldenkarten irgendwann nicht vorbei schaut ein bisschen auf unser Valorant-Video davon vorbei oder in unsere Discord nichtsdestotrotz hoffentlich gefällt euch dieses kleine Format hier und bis zum nächsten Mal spätestens oder in einem anderen wunderschönen Video lasst doch ein Like da wenn ihr es noch nicht getan habt und lasst ein Abo da um uns gratis zu unterstützen wenn ihr es nicht getan habt das würde uns mega helfen jetzt der Hinserlecht dieses wunderschöne Spiel wieder weil es einfach grotten schlecht ist und Anti-Cheating Offensive nice haut rein oder so ein 혹 dann ein k und Untertitelung des ZDF, 2020